Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Conan Exiles Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ich habe letzte Episode noch ein bisschen Rinde abgeharzt und Harz abgeharzt. Ich würde sagen, diese Episode kümmern wir uns mal darum, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Kisten bauen. Wir werden schauen, dass wir die Gerberei stellen. Wir werden vielleicht schauen in der nächsten Episode dann oder mal irgendwo in der Richtung gucken. Wofür habe ich denn die Rinde gebraucht? Habe ich die Rinde hier gebraucht? Für irgendwelche Stahlsachen? Ne, genau, die habe ich für Leder gebraucht. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall mal eine Gerberei. Wir brauchen eine Gerberei für Leder, damit wir uns langsam Stahlwerkzeuge und dergleichen herstellen können. Das heißt, wir sammeln auch Rinde erstmal hier. Ihr seht schon, jetzt ist das hier natürlich relativ voll. In dem Sinne würde ich sagen, wir holen uns mal ein paar mehr Chests, oder? Ein paar mehr Chests wären, glaube ich, nicht verkehrt. Eigentlich würde ich mir auch irgendwo gerne so eine Art Lager hinstellen. Machen wir vielleicht hier einfach mal ein paar Kisten nebeneinander, oder? Gucken wir nochmal nach, was wir genau da brauchen. Lager, Holzkiste. Ja, ups, da stand es schon. 100 Holz, 12 Zwirn. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal mega viel Holz und mega viel Zwirn. Wo habe ich denn meine Hacke? Die habe ich gerade nicht dabei. Dann liegt die wahrscheinlich in der Schmiede, I guess. Jo, holen wir die mal raus und legen da los. Obwohl, wir machen mal Hacke und Sichel. Reparieren die Sichel noch schnell. Und dann können wir quasi direkt gewährleisten, dass wir beides zur Genüge ranholen. Dann haben wir mega viele Kisten und dann läuft alles andere. Ich habe jetzt die Ressourcen-Respawn-Zeit ebenfalls halbiert. Das heißt, wir warten jetzt nicht mehr circa eine Stunde auf den Respawn von Eisen, sondern nur noch eine halbe Stunde. Ich denke, das ist nicer so für uns. Ich bin hier sehr gespannt, wie das mit dem Nashorn laufen wird. Ja, das geht, das geht. Das lasse ich jetzt erstmal so. Finde ich in Ordnung, weil ich finde, irgendwo spawnt man sich halt schon, beziehungsweise spawnt man, zähmt man sich halt schon massive Power-Ups. Ja, wenn man so die ersten Tiere ranholt. Bin jetzt gerade am überlegen, sollen wir schnell erstmal Eisen hacken? Ich wollte jetzt zwar eigentlich erst die Kisten machen, aber ich würde sagen, wir gehen erst schnell Eisen hacken, weil, ja, wisst Bescheid. Wenn ich es jetzt halt schnell mache, dann können wir es eventuell nächste Episode direkt nochmal machen und eventuell sogar noch die darauffolgende Episode direkt nochmal machen. Wäre halt nice für uns in dem Sinne, dass wir da einfach auch mal langsam genug haben. Gerade unter Anbetracht der Tatsache, dass wir später ja auch mit unserer Stahlproduktion richtig loslegen wollen. Von dem her ist es nice, wenn wir auf jeden Fall genug Eisen haben. Das heißt, ich würde jetzt mal kurz unsere Eisenroute abgehen. Ja, da haben wir auch direkt eine Quest drauf. Ist ja klar, Eisenernten-Progress. Direkt eins von zehn, zwei von zehn. Machen wir hier unsere vier von zehn. Ja, dann läuft der Karna. So, ja, das ist doch schön, das ist doch schön. Da wollen wir doch hin. Hier, die große Python scheint echt nicht zu respawnen. Ich weiß gar nicht, war das eine Python oder eine Boa? Oder irgendwie sowas. Da bin ich nicht ganz so drin, was die Schlangen-Knowledge betrifft. Ich kenne ein paar Schlangen, aber echt nicht viele. Ich weiß zum Beispiel, dass die Black Mamba gar nicht schwarz ist, sondern nur ihr Mund-Innenraum ist schwarz. Deswegen heißt die Black Mamba. Ist kein Joke. Ich glaube, die ist gar nicht schwarz. Das ist nicht das Ding. Deswegen ist nur, wenn du quasi, wenn sie dich beißt und du schaust in ihren Mund, in dem Moment kurz bevor sie dich beißt, dann schaust du quasi dem schwarzen Tod ins Gesicht. Deswegen heißt die Black Mamba. Ja, und die Black Mamba ist ja auch ziemlich klein. Die ist jetzt ja keine große Schlange. Ich glaube, so eine Boa Constrictor ist was Großes, oder? Ich glaube, eine Anaconda ist ganz groß, oder? Aber sonst, ich kenne mich bei Schlangen eigentlich nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht so eine Ahnung. Weiß ich noch, dass so Nattern relativ klein sind, oder? Ich weiß noch, wir hatten mal irgendeine Schlange in unserem Teich und die hatte zwei so weiße Huppel auf ihrem Kopf. Und die war mega cool. Die haben wir dann in so eine kleine Wanne gesetzt und dachten so, ja man, cool, dann können wir uns die nach dem Mittagessen nochmal anschauen. Wie alt war ich da? Lass es zehn gewesen sein, oder so. Also echt nicht sonderlich old. Ja, das war jetzt ja wieder klar. Ja, eines Tages haben wir die Probleme nicht mehr mit der Carryweight. Und unser Nashorn ist am Start, aber ich lasse jetzt hier erstmal nichts liegen. Wir müssen jetzt schnell so durchziehen. Ja, und das war ganz lustig. Wir haben die dann halt, wie gesagt, in so eine Wanne reingetan. Wir hatten da so einen Kübel, da war halt Wasser drin. Und wir haben da so einen Stein reingetan, damit die da chillen kann. Und trotzdem war so, ja wie lang war die? 20 Zentimeter lang war die vielleicht? Vielleicht 25 Zentimeter lang? So was um den Dreh. Und wir haben halt so gedacht, ja, die kommt da never raus, weil das ist an den Wänden, was weiß ich, noch 30 Zentimeter hoch. Und hat da genug Abstand zum, äh, ist sehr steil und so, wisst ihr wie ich meine? Ja, und wir waren halt beim Mittagessen und danach war die halt weg. Also die hat es halt doch irgendwie geschafft. Und wir fanden es eigentlich ganz nett. Jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wisst ihr, kam sie raus? Oder kam eine Krähe oder so und hat die da halt abgeholt? Ich meine, es sieht halt wurmhaft aus. Auf sowas haben Vögel Bock. Wenn die da versucht hat rauszukommen, dann haben wir vielleicht in dem Sinne auch einfach ihr Todesurteil unterschrieben, weil sie halt quasi kein Cover hat, ja. Ich meine, in so einer kleinen Wanne dann, ja, was man als Kind nicht alles so für Quatsch macht. Ja, im Nachhinein vielleicht ein bisschen doof gewesen. Aber das war auf jeden Fall eine coole, kleine, ich glaube, das war eine Art Natter. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe davor und danach nie wieder so ein Tier gesehen. Was ich auch relativ schade fand, wie ich sagen muss, weil die war echt cool. Sonst, was hatten wir so an dem Teich? Ja, halt Frösche, Libellen. Bei Libellen kenne ich mich ein bisschen aus, da weiß ich Bescheid, dass die Libellen, die so jeder kennt, ja, man kennt ja so, ich finde immer der Vergleich passt ganz gut. Es gibt ja so ganz normale Grashüpfer, die so jeder kennt, würde ich behaupten. Und es gibt diese Heupferde, die grünen, die ungefähr so groß sind. Und bei Libellen ist es ähnlich. Es gibt so diese roten und blauen Stifte, die einfach nur so lang und ziemlich dünn sind, ja, wie dick sind die, wie eine dicke Schnur oder so. Sowas in der Art, ja. Oder vielleicht so wie so ein sehr, sehr dünner Stift. Irgendwie sowas. Und dann gibt es die nächst größere Variante, sag ich mal. Die Königslibellen sind das vor allem in Deutschland, die da, würde ich sagen, eigentlich jeder kennt. Die sind so blau-grünlich. Und die haben ungefähr die Größe von so einem Heupferd. Und die fand ich immer schön, Junge, war ich da immer froh, wenn da einige davon in meinem Teich ihr Leben gelebt haben. Das war schon richtig cool. Natürlich damals auch das Glück gehabt, hier jetzt das Haus, das ich zwecks meiner Family bewohnt habe. War jetzt nicht das Größte, nicht das Coolste so. Aber der Garten, den wir hatten, der war halt superior. Ja, der war echt superior. Und ich würde auch behaupten, in dem Garten habe ich mehr gelernt als in so acht Jahren Schule. Das haut, glaube ich, schon hin. Ziemlich sicher sogar. Da triggert einfach Begeisterung. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, Begeisterung ist so ein wichtiges Tool, um Dinge zu lernen. Ey, wenn dich was nicht bockt, dann lernst du es auch nicht, ja. Aber wenn du halt was faszinierend findest, dann schaust du es dir ja an. Und letzten Endes finde ich immer wieder ganz lustig, gell. Man tut ja gerade hier in Deutschland immer so, boah, man muss schon studiert haben damit XY, gell. Und ich denke mir immer so, ich studiere ja selbst, äh, die Leute verstehen das hier und da ein bisschen falsch. Wenn man sich anguckt, wie früher ein Studium funktioniert hat, dann war es genau so. Ja, zum Beispiel Leute, die in irgendwelchen Klostern gelebt haben. Ja, jetzt egal welcher Religion, die zugewandt waren. Gehen wir jetzt mal hier zu Lande von irgendwas Christlichem aus. Dann haben die in einem Kloster gelebt und dann hatten die halt Zeit und Gärten. Und die haben sich halt die Pflanzen angeschaut und aufgeschrieben, was sie da beobachtet haben. Die haben studiert. That's the deal, ja. So viel mehr ist es nicht. Wenn da ein Kind zum Beispiel draußen im Garten irgendwas anguckt und das abfeiert, ja, und vielleicht mal einen Frosch fängt oder so und sich den genauer anschaut, dann studiert das in dem Moment. Darf man dann auch ruhig mal so sagen. Yo, boy. Hey, oder Girl, wie ist es? Bist du dir eigentlich gerade im Klaren darüber, dass du hier am Studieren bist? So, jetzt haben wir die Dinger mal noch richtig aufgefüllt. Und mit dem nächsten Holz fangen wir dann an, die Kisten zu bauen. So, haken wir hier erstmal noch ein bisschen was rein. Dann brauchten wir ja noch Pflanzenfahler. Ja, Zwirn, gell? Ja, da könnten wir auch nochmal sehr viel Zwirn herstellen gerade. Währenddessen, ja, aber jetzt machen wir erstmal, jetzt holen wir erstmal noch ein bisschen mehr Holz. Ja, also das finde ich immer ganz witzig so, weil ich finde, mittlerweile wird halt so getan, als wäre so Studium das, was so richtig krasse Leute machen, Alter. Nur die gehen studieren. Geh, alle andere sind voll die Hunde. Nee, nee, also ist einfach nicht the deal. Ich meine, ich weiß nicht. Wenn, mal angenommen, irgendjemand macht auf YouTube, jetzt vielleicht an meinem Beispiel, ich mache Guides zu irgendwelchen Games, dann habe ich die per Definition studiert, bevor ich anfange, solche Guides rauszuhauen, ja. Also, ich finde es immer so lustig, wenn ich das so mitkriege aus meiner Familie. Ja, mein Cousin und ich wären mal studiert und sonst hat es in unserer Familie meines Wissens nach niemand gemacht. Deswegen sind wir da immer so, boah, ja, weißt du, immer so, boah, ey, hier, der P, der hat studiert und sein Cousin, der auch, gell, und das ist immer so, die tun immer so, als hätten wir die größten Koronnes im Universum. Ich verstehe schon, warum die da stolz sind, warum das die freut, ja, warum das die auch freut, dass die das uns ermöglichen konnten, das verstehe ich alles. Aber wie dann immer so getan wird, als wäre das so das Heftigste der Welt, ja, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ja, also, ich würde sagen, das Ding ist eher, warum nicht so viele Leute Bock haben zu studieren, da wären wir wieder bei meinem Hate gegenüber dem Schulsystem, weil was ich aus der Schule mitgenommen habe, ist, die Schule kategorisch abzulehnen. Das hat mir die Grundschule gebracht, dass ich danach nie wieder Bock auf Schule, in egal welcher Art und Weise hatte, ja, also, das habe ich in der Grundschule mitgenommen. Ja, da wurde ich halt von meiner Klassenlehrerin fertiggemacht, und zwar so richtig, ja, so, dass ich da auch immer Stress, Bauchweh und so hatte, so, dass ich mich lieber im Wald versteckt habe, als in die Schule zu gehen, auch wenn ich dann da sieben Stunden rumsitzen musste oder halt irgendwie chillen musste, bis ich wieder heim durfte, ohne dass es direkt jemandem auffällt, weil ich meine, die Schule ruft dann ja trotzdem und sagt so, hey, warum war der P eigentlich nicht da? Aber, ja, also, ich habe es halt schon immens gehatet. Und das hat sich dann auch lange, lange Zeit nicht mehr geändert. Irgendwann, als ich dann, ich sag mal, in dem Alter war, ich habe dann ja noch, bin dann auf die Hauptschule, bin dann auch auf die Realschule, bin dann aufs Gymnasium, auf ein biotechnologisches Gymnasium. Und das waren halt alles so Geschichten, wo ich mir so dachte, ich habe das nicht gemacht, weil ich Bock auf Schule hatte. Ich habe das gemacht, weil ich viele Kumpels und, ja, halt einfach Leute in meinem sozialen Umfeld hatte, die halt gesagt haben, ey, der P, der kann das gar nicht. Der muss einfach auf die Hauptschule werden, der ist ja voll dumm und so. Da habe ich mir halt immer gedacht, Leute, ich bin so immens, wenn es schlau, ja, also mal mindestens gleich schlau wie ihr, haltet mal die Schnauze. Und das ging mir so auf den Sack, dass ich quasi die ganzen weiterführenden Schulen hauptsächlich besucht habe, um es den anderen Leuten zu beweisen, dass ich nicht so der dumme Lappen bin, ja, sondern dass ich einfach keinen Bock habe auf Schule und das aber zwei Paar Schuhe sind, ja. Ähm, ja, und so war das dann eine ganze Weile. Ich habe dann da durchgezogen, mir war da auch alles egal, ja, also ich habe da schon hart auf alles geschissen, das kann man nicht anders sagen. Aber ich bin halt trotzdem easy durchgekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Und mein größter Flex war immer, als Leute gemeint haben, ja, P, du bist in der Hauptschule nur gut in Englisch, weil das da voll der Witz ist. Reha 1, Gümmi 1, nie irgendwas gemacht. Hm, da habt ihr nur gut, weil Hauptschule, ja. You wish, you wish, ja. Das hätten die sich gewünscht. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, der P ist gar nicht gut. Wir legen uns das jetzt zurecht. Er ist nur gut, weil er auf der Hauptschule ist. Ja, das hat nicht so gut für die geklappt. Mittlerweile wissen alle Bescheid. Der P ist so gut in Englisch, dass sie stellenweise Leute auf YouTube beschweren, dass er zu viel denglischt. Das ist jetzt eher mein Problem. Ich muss wieder ein bisschen runterkommen von dem Trip. Ja, okay, so, guck mal. Da würde ich sagen, das reicht erst mal. Die sind einigermaßen gut platziert, muss ich sagen. Ja, weil der P auch in Geo gut ist, in Geometrie. Aber natürlich auch nur, weil er auf der Hauptschule war und da war er halt gut, sonst nicht. Ja, Quatsch, nee. Bin da einfach gut, hab da einfach ein Auge für. Meine Mama erzählt immer wieder gerne die Geschichten von früher. Ich hatte so einen Koffer, schon mit einem Jahr alt. Konnte ich sehr gut laufen tatsächlich. Und ich hatte so einen Koffer mit Autos drin. Ich konnte die alle zwecks Marke und dergleichen benennen. Damals war ich also noch ein Automaniac, trifft heute gar nicht mehr zu. Ja, ich hasse quasi jeden, absolut jeden. Mir ist auch egal, ob die das verdient haben oder ob die das geliest haben und sich einfach nur cool fühlen wollen, wenn die damit rumblasen. Aber wenn die hier so durch die Stadt fahren und halt mit ihrem V8 Biturbo immer wieder so ein paar Fehlzündungen aus dem Auspuff bolzen und sich dann halt mega lässig fühlen. Das finde ich sehr schwierig, denn ich denke mir immer so, hey, ist ja schon cool und wenn du dir das erarbeitet hast, mega lässig. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn das so Tesla-mäßig ein bisschen rumschleicht. Ja, hätte ich gar kein Problem damit. Also mein Problem mit der ganzen Geschichte ist eher so, Leute, wisst ihr, es ist halt nicht nötig. Könnte man gerade schon ein bisschen drauf achten, da vielleicht zwecks Umweltgeschichte nicht so rein zu flexen. Wie wäre es? Mal vielleicht so das Wohl der Gesamtheit über dein eigenes stellen. Bin ich ganz großer Fan davon hier und da. Ja, aber kann man, ja, wisst ihr, wie ich meine? Letzten Endes ist es halt den ihr Ding. Was will ich machen? Wenn die das halt abfeiern, was soll ich machen? Will ich den dann irgendwo auch nicht nehmen? Wenn die das Gefühl haben, hey, das brauche ich jetzt, um mich irgendwie mal richtig zugehörig zu fühlen oder so. Was soll ich machen? Was will man da machen? Ist halt den ihr Weg. Den ihr Weg des Ninja. Da kann man nichts tun. Aber war halt nie mein Ding. Und ich würde sagen, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, oder? Man legt halt so seine Prioritäten auf diverse Sachen. Also nur mal kurz hier zwischendurch. Ich werde jetzt mal so die ganzen Sachen einordnen, bei denen ich sagen würde, die gehören irgendwie zusammen. Oder hier so Loot von Viechern. Würde ich in die nächste Chest reinbolzen. So, guck mal hier. Genau, Loot von Tiere. Und dann verräume ich hier mal noch so den Rest aus der Kiste. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte, ja. Ich habe da einfach früh, zwecks Schule so ein bisschen, ja man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, resigniert. Das war mir dann halt egal. Das hat die Grundschule für mich geschafft. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal in diesem oder in einem anderen Let's Play oder in allen Let's Plays schon mal gesagt. So, ich würde sagen, der Hauptunterschied, den meiner Meinung nach die Leute, die hier Lehramt ausführen, nicht gecheckt haben, ist, dass du nicht dann eine coole Lehrkraft bist, wenn der Durchschnitt in deiner Klasse, in dem Fach, das du gibst, gut ist. Sondern du bist dann eine coole Lehrkraft, wenn deine SchülerInnen Bock auf dein Fach haben. Egal, ob die jetzt im Schnitt gut sind oder nicht, ja. Die können auch Kacke in dem Fach sein und das Fach aber trotzdem schätzen. Und das ist doch mehr wert, als wenn selbst die, die gut in dem Fach sind, überhaupt keine Lust auf dieses Fach haben. Ja. Dann hast du doch komplett versagt. Also, ich weiß nicht. Ich finde, für mich ist das so das Ding, ja. Hier, äh. SchülerInnen wollen wie Fackeln entzündet und nicht wie Fässer befüllt werden. Das ist das ewige Ding. Ich wünschte, ich wünschte, dass würden sich mehr Leute mal ein bisschen vergegenwärtigen, die irgendwie ein Lehramt bekleiden. Ich meine, die verdienen genug Geld, dann sind die im Idealfall noch verbeamtet. Und dann, ja, weiß nicht, ja, Ref ist shit. Die ganze Hinführung da ist ein bisschen schwierig, sag ich mal. Und trotzdem denke ich mir immer so, ey, Leute, wisst ihr, es ist, es ist so ein schönes Amt, das ihr hier bekleidet. Und wenn ich das so bei mir an der Uni mitkriege, wer da stellenweise Lehramt studiert. Und wie hart du merkst, dass die eigentlich überhaupt keinen Bock haben auf das, was Lehramt mit sich bringt. Sondern halt vor allem Bock haben auf das Cash, das Lehramt mit sich bringt. Die werden immer so, nicht euer Ernst, das muss doch nicht sein. So, genau solche Lehrkräfte brauchen wir nicht. Oh Mann, ja, ja. So, aber jetzt hier, was ist es? Ah, ich dachte gerade schon. Ich habe gerade da oben geguckt und dachte, boah, es ist schon durch. Ne, ne, das dauert noch einige, einige Zeit. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich setze die Gerberei dran, ha. Haben wir hier schon wieder, äh, ein, ich würde sagen, eine Exkursion in mein Leben gehabt. Äh, muss ja auch nicht immer sein. Manchmal, wisst Bescheid, verplapper ich mich da ein bisschen, ne, das kann ich ganz gut. Verbesserte Gerberei. Dafür hatte ich die Rinde gefarmt. Guck mal. Ziegel. Oh, ne, Zwirnrinde geformtes Holz. Denk ich mal, haben wir, oder? Ja, wir brauchen eigentlich nur noch die Rinde, die ich irgendwo abgelegt hatte. Und wir brauchen halt noch die Ziegel. Haben wir auch. Oh boy, wir haben alles. Sorry, Leute, hätte ich die ja direkt bauen können. Seht ihr mal, der Vergangenheits-P, ja, der hat hier richtig gehasselt, Alter. Kann man ja gar nicht anders sagen. So, was haben wir jetzt noch gebraucht? Alter, da merke ich echt immer wieder mein, mein, mein Erbsen-Kurzzeit-Gedächtnis. Geformtes Holz, Rinde und Zwirn. Geformtes Holz. Äh, und Rinde und Zwirn dürfte irgendwo da sein. Braucht jetzt eine Weile, bis ich da wieder mein Leben im Griff hab. Rinde und Zwirn. Ja, Zwirn reicht glaub nicht, oder? Kann das jetzt mal da bleiben? Ja, Zwirn 50. Dann müssen wir da noch schnell ein bisschen mehr herstellen. Mach mal mehr Zwirn, Junge. Okay, das dauert jetzt natürlich eine kleine Weile. Und ich bin währenddessen überladen. Jetzt hab ich wieder geschickt eingefädelt. Kann man gar nicht anders sagen. Wir können ja schon mal die rausholen. Und überlegen, wo wir die placen. Ich fände hier eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ja, doch, das finde ich, glaube ich, sogar ziemlich cool. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt gucken wir, dass wir die hier schön... Äh... Ich hätte gern, dass die hier so abschließt. So fände ich cool. Läuft unser Zwirn weiter, wenn wir hier chillen? Ja, perfekt. Dann können wir hier mal wieder Vitalität skillen. Noch ein Level ab, dann haben wir unsere 100 Gesundheit, die wir dazukriegen. Das ist doch lässig. Und dann würde ich gerade mal sagen, hier Herausforderung. Ja, da haben wir unser Eisen geerntet. Vogelkräutern besiegen. Vogelkreaturen. Vogelkräutern. Vogelkreaturen besiegen. Alles klar. Ja, mit einem religiösen Werkzeug einen Leichnam ernten. Das kriegen wir noch hin. Gelblotus sammeln. Boah, müsste ich noch mal gucken, wo der ist. Sepermeru besuchen. Ja, klar. Wer macht das nicht mal schnell? So, vor allem, wenn man nicht mal weiß, wo das ist. So, ja. Lass, lass machen. Wird gut. So, guck mal hier. Ja, das gefällt mir mega gut. Alles klar. Dann haben wir das jetzt auch geregelt. Dann kann da mal ein bisschen Rinde rein. Dann würde ich sagen, lassen wir Zwirn und Pflanzenfasern erstmal so, wie es da gerade ist. So, alles klar. Geformt das Holz und Ziegel, verräume ich noch schnell. Dann können wir richtig chillen, Leute. Dann können wir richtig chillen. So, machen wir da noch ein bisschen Eisen raus. Bolzen das hier rein. Machen da direkt weiter. Sag mal, stellen wir jetzt eigentlich hier mehr her, weil wir die verbesserte Bergbank haben? Das waren doch früher immer zwei Eisenbahnen für eine Eisenverstärkung, oder? Täusche ich mich da gerade? Vielleicht täusche ich mich auch. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt würde ich noch ein bisschen Rinde holen. Und dann machen wir da auf jeden Fall mal ein bisschen Leder. Stimmt genau, das wollen wir tun. Hier, zack, holen wir das mal alles raus. Hier, guck mal. Kann da alles rein. Mach mal ihn. Jetzt verstärktes Leder ein bisschen. Und dann normales Leder. Das passt. Das passt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir klopfen noch ein bisschen Rinde. Schmeißen Leder noch rein. Dann kann das schön durchlaufen. Und dann können wir uns um die, ich sag mal, nächste Geschichte kümmern. Ja, irgendwas, irgendwas anderes noch machen. Ich würde fast sagen, wir könnten noch mal eine kleine Expedition Richtung Schwefelwagen, oder? Dann hacke ich jetzt ein bisschen Rinde, bis wir voll sind. Sobald das der Fall ist, würde ich behaupten, reparieren wir unsere Tools. Nehmen nur das mit, was wir brauchen. Und gehen noch mal für unseren Schwefelspot. Holen ein bisschen Schwefel ab. Weil jetzt haben wir auch durch Leder dann Teer. Dann haben wir Teer und Schwefel. Machen da Schwefelfeuer. Und können dann mit Eisen endlich wieder Stahl herstellen. Und dann mal langsam für die Stahlwerkzeuge gehen. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, das ich gerne spätestens Ende nächster Episode erreicht hätte. Wie viel haben wir denn noch? Ja, das Zeiteisen ist uns noch wohlgesonnen. Dann können wir hier auf jeden Fall noch Rinde farmen gehen. Können wir unsere Sachen noch reparieren. Und können dann eventuell sogar noch loslaufen und so. Ich finde es cool, dass wir von dem Rhinoceros, ich sag immer Rhinoceros, das ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Ein Rhinoceros und ein Nashorn ist doch, ja, wie dem auch sei, von dem Nashorn, das wir da drüben neulich nackig gemacht haben. Also nicht, dass hier in unserer Base das ein Stufe 3er Endboss ist, sondern das da hinten, das wir eben nackig gemacht haben, als wir das Kind geklaut haben. Ähm, dass wir von denen das coole Fleisch bekommen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich würde auch sagen, da könnte man mal für ein bisschen mehr gehen, oder? Einfach mal, dass wir da ein bisschen was haben. Ich würde auch früher oder später vielleicht Anfang nächster Episode, oder wenn wir dann vom Schwefelhacken zurückkommen, nochmal schauen, ob wir direkt das nächste Nashorn da holen können. Ja, ob da jetzt schon wieder ein Nashorn-Baby respawned ist. Wäre ja eigentlich klasse, wenn wir da direkt mehrere haben und dann so ein Nashorn-Kommando mit uns mitführen. Sondern ich glaube, wenn wir dann irgendwie so, was weiß ich, drei, vier Nashörner dabei haben, dann kann man damit auch gut was platt machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch gut reinhauen, so, wenn man die gut levelt. Ich denke mal, ich würde es machen, ähnlich wie in Ark. Ja, Ark habe ich immer ein bisschen mehr gezockt als Conan Exiles, muss ich sagen. Hat eigentlich gar keinen festen Grund. Irgendwie hatte ich immer nur mehr Leute, die so ein bisschen Bock auf Ark hatten, als auf Conan Exiles. Genau, das war so letzten Endes die Geschichte, weshalb sich das so zugetragen hat, würde ich behaupten. Ja, das wird erstmal passen, denke ich. Genau, und in Ark skilt man halt eigentlich die meisten Dinos, die man so benutzt. Wenn man sie wirklich zum Battlen benutzt, dann skilt man die eigentlich fast durchweg auf Leben. Ja, damit die halt einfach überleben. Ja, hätte man jetzt nicht gedacht, gell. Auf die Conclusio wäre er niemals gekommen. So, hier hatten wir Harz, genau, Ranken. Irgendwo hatte ich noch die Käfer drin. Wo war das noch gleich? Hatte ich die beim Loot, gell, genau. Stein kommt da hinten rein. So, zack. Dann könnten wir hier irgendwann mal die Ziegelproduktion wieder anhauen oder so. Und hier erstmal schnell unsere Sachen reparieren. Ja, unsere Katana reparieren wir jetzt direkt einfach auch. Hier zu unserem Eisen-Abhäutemesser. Ja, komm, wir reparieren jetzt einfach alles. Darf ich da nicht draufklicken? Hä? Okay. Warum darf ich die nicht anklicken? Hä? Okay. Okay. Man darf die nur anklicken, wenn man die gerade erst reingelegt hat. Ansonsten... Nee. Nee, darf man die einfach nicht anklicken. Das sieht das Spiel überhaupt nicht ein. So, dann würde ich sagen, wir rennen so los, oder? Mehr brauchen wir nicht. Braucht noch der Ketoskuss nicht. So, oder? Der Waffel. Aloe. Vielleicht ein bisschen mehr essen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Haben wir da noch was? Da haben wir noch was, oder? Ja. Fleischfetzen. Cool. Dann kommt Aloe dahin. Und dann passt es. Wasser haben wir dabei. Würde ich noch schnell was trinken, bevor wir dann losrennen. Und dann geht's ab, ha? Müssen wir gerade mal gucken, ob wir dadurch die eine Stelle, die ich neulich announced habe, ob wir da auch durchkommen. Da gucken wir jetzt gerade mal nach. So, und zwar hatten wir ja gesagt, da gab es so einen Weg durch, gell? Hier irgendwie. Da würde ich gerne durch. Hier durch, dann da rüber. Das wäre eigentlich perfekt. Oder eigentlich hier durch straight könnte er auch gehen. Dann müssen wir noch ein gutes Stück in die Richtung. Und ein bisschen weiter hoch. Also so die Richtung. Vielleicht genau zwischen diesen beiden Steinfurchen durch. Das kann es eigentlich gerade so sein, oder? Haken wir die schnell weg. Wie erdreckt er da steht. Dass die damit kein Problem hat, dass wir hier regelmäßig kommen. Die hat uns sowas beigebracht eigentlich. Wir kommen hier vorbei, hauen denen ihre Anhänger weg und gehen wieder. Finde ich schon grenzwertig, muss ich sagen. Ja, kein Thema für uns. So, wo war ich jetzt? Da wollte ich hin, gell? Haut das hin. Das könnt ihr hinhauen, ja. Irgendwie, ja. In dem Dreh müsste das sein. Aha. Ja, die ziehen wir alle aus. Das ist kein Problem für uns. Mit der Großen macht man nix. Die Kleinen sind easy. Da kommen wir mit unserem Dash-Move immer ganz gut ran. Genau. Genau so muss das laufen. Na, das ist doch einfach schön. Guck mal, wir sind hier echt gar nicht so weit weg. Ich meine, letztes Mal sind wir allein hierher schon ein ganzes, ganzes Stück gelatscht. Muss ich nochmal gucken. Ein bisschen weiter rechts ist das. Und dann kann man da anscheinend einfach durch. Ich glaube, das ist wirklich hier genau da durch. Was sind denn diese Lichtblitze? Habt ihr das gerade gesehen? Was war denn das? So, und jetzt hier durch. Oder wie? Oh. Oh. Was ist denn er? Ja, also hier gibt es auf jeden Fall mächtige Gegner. Jo, was ist denn er? Ey, ich muss echt sagen, gell? Eigentlich dafür, dass ich, ich glaube, 190 Spielstunden in Conan Exile, habe, habe ich echt noch nicht viel von Conan Exiles gesehen. Was ist denn er? Ja, das ist halt so eine Endboss-Steinnase, oder? Bruder. Ist die mächtig. Junge, Junge, haben wir hier Endgegner. Was bist du? Ja, das ist doch genau da bei ihr, oder? Ah, nee, nicht direkt, aber ja, wisst Bescheid. Na, hier ist so ein Pass. Das ist ja cool. Ja, den leuchten wir uns aus und gehen immer hier durch, oder? Finde ich eigentlich lässig. Oh, hier, hier, Lexi und da gut. Ihr dürftet ja kein Problem sein. Ihr seid halt die ganz normalen Steinnasen, oder? Oh, die scheinen ein bisschen stärker zu sein als normal, oder? Da früher oder später an unser nächstes Katana ranzukommen, wäre natürlich cool, aber wir haben halt leider schon gesehen, ja, als wir das letzte Mal nachgeschaut haben, dass es bei Stahl leider keins gibt. Das ist sehr sad, aber... Ist in Ordnung, können wir irgendwie mit leben. Okay, drei ist vielleicht ein bisschen blöd. Jetzt gucken wir mal. Ja, ja, genau. Kriegt euch alle mal ein bisschen ein. Und jetzt hacke ich hier rein. Da ist doch schön. Guck, hier schöne Moshpit. Die beiden schnell als erstes nach. Dann ihn. Easy. Easy. Gar kein Thema. Was wächst hier denn? Was ist das? Ist das auch Eisen? Sieht stark so aus, oder? Ja, okay. Hier geht auch nochmal sehr viel Eisen. Hier ein Lager drin. Wäre halt auch irre. So eine kleine Zwischenbase da drin. Das wäre doch eigentlich stark. Junge wohnen hier Steinasen. Ich würde sagen, ich gehe straight über das linke. Es scheint alleine zu sein vorerst. Ach komm, ist jetzt egal, oder? Hier die Steinasen. Deswegen sind wir ja nicht da. Ja, oh, ich würde eh sagen, ja, jetzt sind wir relativ bald mit der Episode durch. Kommen da noch schnell an. Und dann will ich... Uhuhuhu. Ja, hier. Neues Leben laden. Oh, da geht Verderbnis. Guck mal. Ach, sie kommt immer noch mit. Ja, komm, dann ziehen wir ihr halt noch schnell die Schuhe aus, wenn sie so Bock drauf hat. Alter, der heftige Hit. Okay, das scheint eine normale zu sein, oder? Die kriegt wieder vernünftigen Damage, würde ich sagen. Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir gucken in der nächsten Episode, dass wir hier schön an Schwefel rankommen. So viel wir halt bekommen können, oder? Ich würde auch sagen, wir gehen da wieder an den einen Spot, den wir schon so ein bisschen erprobt hatten da hinten. Da müsste irgendwo hier wieder diese Heuschrecke sein. Und dann würde ich sagen, nächste Episode. Geht's darum, mächtig, mächtig, mächtig viel Schwefel ranzuholen. Sag mal, ist der überhaupt schon nachgespawnt? Ja, okay. Jetzt ist gerade alles erschienen. Ich dachte gerade schon, das wäre jetzt alles noch gar nicht da. Das wäre ungünstig gewesen. Halt, ich mach mal noch schnell kaputt. Müsste gerade noch so hinhauen. Ja, genau. Ja, ist gar kein Thema. Da musst du schon anders rumkommen, um mit mir zu messen. Ah ja, da bin ich schneller als du. Okay, Leute, dann würde ich sagen, es war eine erhabene Episode. Ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Stay hydrated. Stay Conan Exiles. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade.